Was ist ein Ban auf Wikipedia? Das gibt es eigentlich gar nicht im Deutschen. Das ist Englisch. Das ist einfach eine Sperre. Weil ich immer wieder gefragt wurde, was ist da eigentlich los? Ich habe es mal versucht zu formulieren. Viel zu lang. Keine Ahnung. Das Interessante ist ja, dass ich seit diesem Ban nicht nur auf Wikipedia arbeite, sondern neu auf Wikiversity. Die ganze Projektdokumentation auf Wikimedia Meta habe und eigentlich will ich ja hierhin auf Wikidata. So eine schlichte Software-Umgebung wie Media-Wiki und einen solchen Impact. Wahnsinn. Und professioneller Journalismus und ihre Kanonensegner an der Universität können es dir nicht erklären. Diese Wiki-Geschichten alle von der Papierseite her. Ich erzähle es hier noch einmal. Also vielleicht kann man mit diesem Text mal noch was machen. Ich bin am aufräumen und putzen und pflegen und Hallihallo. Hier bin ich jetzt noch dran. Hier habe ich schon einiges umstellen können. Das habe ich jetzt schlanker gemacht, dass ich da weniger hin muss. Diese ersten drei Sätze helfen vielleicht schon, das Projekt ein bisschen besser zu verstehen. Und jetzt geht es also hier weiter mit Putzen aufräumen und neu formulieren. Wie du mit Klicken hierher kommst. Also schau, wenn du zum Beispiel jetzt auf Wikidienstag.ch gehst, dann kommst du zum Meta-Wiki. Und dann könntest du eben zum Beispiel das mal machen. Gehst du auf die Versionsgeschichte, dann listet sich das alles auf und dann siehst du, wer hier am Schreiben ist. Es bin eigentlich nur ich. Das ist mein Account. Wikidienstag.ch Producing Data Literacy 2010. Die Praxis. 2009. Rebell TV. Is one of those massive media conglomerates, sort of like Murdoch's company, just a lot smaller. Daddy D FM4 2007. Wien. Hey, ja. Also ein Update ist jetzt langsam fällig. Huh?